Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars The Clone Wars um wir gucken mal was wir jetzt für die Mission haben ich habe da noch nicht um gefunden wo man speichern können das ist ein bisschen schlecht ich will die auswählen wie will ich nicht ach okay jetzt möchte das ist ein bisschen Schlacht von Geonöses das war uns erst Geonöses hier machen wir die kleinen neben den Hälften uns kaum Dukun widmen ich habe das hier der unsichtbarkeit das nehmen nehmen ein bisschen ich bin ich bin sehr Ja, daran erinnere ich mich auch. Ich hab, ähm, die Klonkrieger-Serie, die Klonkriege-Serie, ähm, die ist ja bei Star Wars auch noch mitgab, die hab ich, ich hab das hab nie alle gesehen. Ich wollte mir aber irgendwann mal alle angucken. Die seh'n euch schon lange. Ach ja, genau, da war ja was, stimmt. So, wir müssen ihn retten, wir müssen ihn retten, 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 lassen wir ja alles kaputt machen. Wir können ja sagen, das waren die Separatisten. Haha. Nur kleine Charaktere können das, ja, ja. Da war auch kein kleine Charaktere, wuhu. So, schön viel Money machen hier, ja. Oh, was haben wir denn, hier. Oh, cool. Meins. Das geht nicht kaputt. Okay. Na dann. Aha. Halt. So. Und wechseln wir. Okay. Äh. Nein, nein, nein. Hilfe. Okay. Ah, jetzt. Ah, okay. Wechseln wir zu. Yay. So. Okay. Und einmal. Bam. Ohoho. War ich das kleine Loch, ne? Und dann erstmal so richtig schön. Fett. Ah, jetzt sind wir Obi-Wan. Okay. Obi-Wan, Kenobi. Juhu. Wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier raus? Juhu. Mac, mal alles kaputt. Alles kaputt machen, ist immer gut. Okay. Zweites Secret, juu. Das ist以上 kaputt machen. BAM. Okay, Car. Das ist völligwork. Juhu. Okay. Oh, was? Unfair. Ja, blöden. Ich höre Angst. Oh, hier haben wir was. Und runter mit der Tür. Und da. Ah, super. So, das schon mal auf hier. Okay. Puh, jetzt haben wir Ruhe. Was denn das hier? Halt ich das kaputt? Nein, okay. Dann haben wir jetzt hier. Ah, okay, der muss da hin. Aha. Habe ich hier? Oh, Entschuldige. Schön einsammeln. Hallöchen. Oh, hier ist eine fette Kanone. Erstmal alles demolieren. Alles schön demolieren hier. Gab es noch einen Kaffee? Sehr schön. Und Secret. Kämpft doch mal. Lasst nicht nur mich kämpfen. Ihr könnt auch kämpfen. Und runter mit. Ah, und zack. Okay. Wir brauchen den Strom hier, nehme ich an. Ich frage jetzt nur für was. Okay. Ah. Aha. Der Notausgang. Juhu. Halt halt, noch nicht, noch nicht. Die blauen, die blauen. Ah, Mist. Ends haben wir nicht. Ends habe ich nicht gekriegt. Ihr blaues. Verdacht. So, alle rein, alle rein. Es geht aufwärts. Halt. Was ist hier für Waffen? Um Silber. Ah, das ist jetzt Silber. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Bei uns haben. Äh. Kreuze. Ich hatte es nur aufwicht. So, eine Fleischwunde. Hua. Alter. Immer wieder. Schmeißen die mich raus. Hier. Ich will doch nur mal da hoch. Ich kann mich nicht mehr hochdrehen. Verdammt. Entschuldigung. Die schwollte ich doch gar nicht. Geht doch mal, der Kier. Ah. Sie können mich nicht mehr hochdrehen. Was soll das? Ah, jetzt. Ja. Kanonen sind weg. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und mach auf die Hütte. Uh. Irgendwas war hier. Oh, jetzt hab ich einfach meinen eigenen Leuten. Oh. Okay, auch mehr hier. Komm, ich stehe gar nicht vor mir. Die trocken gar nichts. Oh, das ist ja. Das ist ja Billung. Ich seh mal, könnt ihr das noch schließen. Oh. Was war das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab schon wieder die Zeit vergessen. Keine Ahnung, was jetzt los war. Er hat sich einfach mal rausgetappt. Warum auch immer. Ich versuche mit Latas zu springen, aber das wird hier nix. Ah. Ich versuche mit anderen Extras. Ich versuche mit anderen Extras. Oh. Okay. Irgendwas war hier noch. Irgendwas war hier noch. Was wir machen mussten, bevor wir abhauen konnten. Ich weiß, ich könnte jetzt dorthin, aber irgendwas. Warte mal, was war denn das? Wir konnten doch jetzt gar nicht einfach. Du brauchst den Kopf eines zu. Ja, genau. Alles klar. Oh, Entschuldigung. Ach, da ist er doch. Guck mal an. Wo ist denn dein Kopf? Gib mir den Kopf. Hab ich ihn? Der hat ihn schon wieder. Verdammt. Gib mir her. Haha. Ne, 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 ne. Mein Kopf. Uh. So, jetzt können wir aber abhauen. Jetzt können wir abhauen. Oh toll, die lassen wir zurück oder was? Der hat sich einfach zurückgelassen. Äh? Äh? Falsche, falsche Datei? Aha, richtige Datei. Die zwei Sturmtruppler einfach mal zurückgelassen, heißt er? Oh, toll. Das ist Kameradschaft. Die Augen. Bei Hey rufen, das kommt immer gut. So. Ich glaube, ich will alles kaputt machen hier. Ich glaube, man kann dann später, hat man dann auch so seine eigenen Schiffe und kann dann noch die ganzen Schiffe und alles sammeln halt. Ist eigentlich ziemlich geil. Da brauchen wir einen Druiden, okay. Ich hätte gerne einen Kaffee. Da war kein Zucker drin, darum bin ich ausgerasset. So. Okay, C3PO brauchen wir da. Den haben wir aber nicht. Ah. Ah. Echt, jetzt muss ich das jetzt hier zusammenbauen? Wie cool. So, das kommt da hin. Sehr schön. Überraschung, wer hätte es gedacht? Das kommt da unten hin. Und jetzt noch hier. Das große kommt da rüber. Na, da kam schon. Jetzt. Sehr schön. Und dann. Huch, nein. Runter. Ja. Das hat mich noch so gestört, der Blumenkasten. Na, wen haben wir denn da? Du bist fällig. Oh. Oh, äh. Wisst. Was schlag ich in deinem Lichtschwert? Schlag ich in deinem Lichtschwert aus. Ah. Aha. Ah, okay. Au, der hat mir... Oh, Miststick. Gibst du dir her. Es ist meins. Es ist meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Oh. Ich kriege das vor allem immer wieder. Das ist voll unfair. Gib mir das. Meins. Na, wo ist er noch? Wo ist er noch? Ah. Opfer. Ah, Mist. Das geht nicht. Ah, das geht nicht zweimal. Das ist unfair. He, 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 he. So. Nein, meins, meins. Müssen ich ja gehen. Meiner. Lass mir das Lichtschwert. Das ist mein Lieblingslichtschwert. Lass es in Ruhe. Hau bloß ab. Ach gut. Bitteschön. Auch nur, weil du es bist. So. Au. Ich habe das. Ich wollte es abfangen. Haha. Alles klärchen. Na komm. Buba. Oh, komm. Ich habe das gedrückt. Und. Bäm. So. Und nochmal. Komm schon. Versuch es doch. Versuch es doch. Volles Opfer. Haha. Das wird nichts. Ist nicht. Der Spruch Brett vor dem Kopf käme jetzt eigentlich. Nein, das passt nicht. Ist ja kein Brett. Bäm. Da komm. Da komm. Und nochmal. Oh, ne. Ich wäre auch, ähm. Die Grundstory, die erste, die sechs normalen Filme quasi, ne? Das werde ich auch noch spielen. Aber ich wollte erst mal mit dem Klonwurst anfangen. Weil ich das halt von früher her noch kenne. So ein bisschen. Ne? Extra. Wow. Nam, dam, 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 dam. Geht nichts mehr kaputt auch, Menno. Und jetzt noch was zu kaputt machen. Hier ist auch noch so ein extra. Alles zum Schnetzeln. Wow. Gibt alles guten Score. Die Blume mag ich nicht. Die geht auch nicht kaputt. Toll. Okay. Ha. Halt. So. Lalalalalala. Ach, das muss ich ja auch machen. Okay. Und zack. Guten Tag. Oh, oh. Was kommt jetzt? Ah, wir werden jetzt alles spielen. Okay. Wo ist es hin? Jetzt nimmt es wieder weg. Alles klar. Okay. Da ist es wieder. Und her damit. Nimmst du wieder weg? Na, komm schon. Ah, hau. Voll erwischt. Dann springt er mal hoch. So. Huah, huah. Ciao, huah. Ciao, 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 huah. Die gibt aber nie auf, ey. Die ist aber auch hartnäckig. Oh, entschuldige. Jetzt warst du. Ich kann es nicht hin. Ja. Bleib stehen. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. Huah. Schick. Huah. Lala. Lala. Hä? Oh. Na, ha, ha. Ich muss irgendwas anderes mehr machen, oder? 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 Noch was? Hä? Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Okay. Das geht aber auch in ihre Richtung automatisch, ne? Also, ich muss schon. Nee, ich muss hier irgendwas anderes machen. Nur was ist die Frage? Ah, ich weiß es. Nein, du sollst da nicht, ähm. Ah, ha, ha. Seht ihr das? Nein, du sollst da. Ach. Okay. Nein, nicht da hoch. Okay. Alles klar. Nein. Ach, mir ist es kaputt gegangen. Ja. Haha. Ach, da haut es ja ab. Hat er verangst? Juhu. Schau. Na ja, nur gucken. Komm her, du. Hey. Was war denn das? Oh. Ähm. Was? Nicht gut. Gut. Ah. Huah. Nein. Haben sie erwischt. Verdammt. Ja, Treffer. Ja, Treffer. Gut. Sattelobus 3, oder? Äh. Habe ich jetzt das mal eigentlich nicht weit getroffen? Lass das. Haut ab. Was muss ich jetzt machen? Wow. Wow. Hallo. Hä? Ah, toll. Treffer's. Ja. 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 Au. Druckwelle erwischt. Aha. Woohoo. Bam. Woher kommt das jetzt her? Ach Mist. Nein, mein ganzes... Mist. Komm. Pack den Fuß da drüben hin. Nein, nicht den. Komm, du fährst gleich um. Au. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Mist, 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 Mist. Ich stelle da den Fuß da drüben. Ohne hier, nein, ey. Was ist... Ich habe keine Ahnung. Du musst den Fuß da drüben, wenn du das andere hinstellen kannst, dass ich da drüben kann. Au. Ah. Und der Baller. So, jetzt bist du fällig. Und dann zack. Wuhu. Lass mich alles kaputt machen. Haha. Oh oh. Ähm. 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 Wie ist es kaputt gegangen? Ähm. Wie hoch ist denn das Gebäude? Aua. Ah, okay. Ich weiß, wie ich es machen muss. Alles klar. Ah, okay. Jetzt, jetzt kämpft sie. Okay. 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 Komm schon. Wow. Juhu. Uah. Aber es ist nicht geklappt. Komm schon. Ach, die standen im Weg. Lass das. Oh, was ist denn das? So geht das nicht. Na? Oh, die macht das. Ach, die stößt uns zurück. Alles klar. Ah, jetzt. Huah. Geh weg. Joy. Tschüss. Ja, okay, geschafft. Super. Ja, zwei. Ja, zwei. Ja, zwei. So. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwo speichern kann. Boah, das wäre mir lieb. Okay, wir brauchen drei dafür. Jetzt können wir die Richtlinie alles hier zerlegen. Theoretisch könnten wir das. Aber ich würde sagen, dass... Ja, wir können doch... Ja, wir können doch was, ne? Ackard-Models-Nurz. Ah, 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 also gut. Okay, Jupp. Und... Die ist abgehauen. Alles klar, die ist abgehauen. Geonosis. Wo wir da erst mal folgen. Die Platten. Oder... Schlacht von Geonosis. Ah, Schlacht von Geonosis. Schlacht von Geonosis. Ich würde haben, was denn... Wie sieht's in der Zeit aus? Ja, komm. Die Story ist klar. Achso, ich bin wieder still. Okay. Nach propri, nach ich schauen, Achso... ... und mit mirherruie, bei der mars Kleperang... ... und mit mirherruie... ... und mit mirherruie im Hintergrund zu sch Forest. Bis dann doch gut, das Mitglied, das Problem씬. Auf Wiedersehen, dich gäbe dann puis noch was mit mirherruie. Immer locker đang gehen bei morgens, und dann burns uns fürbiereur. Und da CAN ich besser gehen. wieder umgreifen okay die müssen weg unsere Gegend der Ehre oh Gott wow wie cool okay ja was sind diese oh was haben wir denn hier Freunde ähm uh hua wo bin ich da okay wir machen alles kaputt hier äh ich hacke einmal weiter drauf wird schon gut gehen wow lalalalalala ach hier sind doch schon unsere Truppen okay hier ist noch einer zack 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 das läuft sehr gut und die nehmen von uns auch nicht wirklich was ein aha bam 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 komm schon komm schon oh oh okay die holen ab jetzt viel blau fisch gerne oder die haben jetzt wieder gut gemacht wir können das war es wieder weil die Probe hier ist so gut kann ich nicht rein Einfach so, ja Nähähäh Wenn die große Kanone schießen will, soll sie mal schießen Bam, bam, bam Na komm, schieß, schieß Oh Hoppala So schneller müsste es da hier kaputt gehen Die ist zwar eigentlich silber Oh oh Die treffen mich nicht Haha Ja Haha Oh die ganzen blauen, ach Menno So jetzt gehen wir schon dort hin Aber warte mal Mit dem Landspeeder, der kann ja eigentlich schon schießen, oder? Ja, guck mal hier Ja, geht viel schneller Und Oh, da schießt was auf mich Bam, 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 bam Komm schon, komm schon, komm schon Und weg Juhu Jetzt kriegen wir, können wir uns einsammeln Oh ja So läuft das Wow Okay, wo bin ich? Da ist das letzte Ah, da ist weg Ich hab dann die Schuhe gedrückt Achso, das war gleich weg Ähm Ich mach mal den Schüttgenerator aus Da kann es ja losgehen Achso, K Das ist eine Fabrik Macht sie platt Bam Komm schon Zack So, ein Sprungkick dabei Wuhu Zack Und alles Und, und, komm schon Komm schon, komm schon, komm schon Jetzt haben wir ja keinen Speeder Und, weg Juhu Au, da hat mich was auf mich Oh, ich konnte es nicht einsammeln Menno Vum Juhu Hätten wir das auch Hier heben keine Schiffe mehr ab Aber es ist auch unsere Ach, das war schon das Level Ach, da passt das doch ganz gut Ach, Maze, Windu Oh, ja, Windu, genau Windu, hieß er, stimmt Ah, okay Gut, viel haben wir jetzt nicht eingesammelt Ja, für den Anfang haben wir den Speeder rumgesaust Dann, äh, mal fast ein bisschen mehr Ah, jetzt haben wir hier drei goldene Cool, jetzt können wir das ja gleich im Schiff nochmal bauen Systemwechsel jetzt freigeschalten Aha, okay Ich hätte gerne, ähm, noch kurz ein Schiff Okay, genau, ganz kurz Ganz kurz, ganz kurz Ja, die haben wir jetzt neu Oh, jetzt liegt es Oh, Moment So, ganz kurz noch Wir waren ganz kurz noch Ach, ne, Entschuldigung, die Maus anwickelt Ähm, so Wir bauen das jetzt hier noch Was ist denn das? Oh, ha Oh Oh Ding, 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 ding Toll Ach, jetzt sind wir hier Im Reaktorraum Oh, da können wir jetzt noch mal was Was machen Oh Oh Okay Jetzt sind wir im Reaktorraum Ach, hier ist das Padme Okay Okay, kann auch was das war Ähm Hier so Anakin Okay, es werden jetzt immer mehr hier auf unserem Schiff Und das ist so ein bisschen schon unser Schiff, ne Und Das ist halt so gemacht Das, die werden wir sammeln Das ist dann auch alles hier auf unserem Schiff mit drauf Alles, was wir sammeln Was wir so finden Das ist alles auf unserem Schiff Hallo Kann ich das nicht? Okay, dann nicht Nee, kann man auch Gefangene nehmen, glaube ich Ich glaube, das war so Das geht nicht Achso, der Arrestzelle, ja Nur Cis-Karaterra können die dunkle Macht benutzen Okay, Cis-Karaterra müssen wir auch noch freischalten Mal gucken, vielleicht mal so Ach, vielleicht 100% run, ne Das wäre auch mal was Ach, ich weiß nicht Das ist dann immer so ein Zwang irgendwie Keine Ahnung Ja, mal gucken Wer läuft nicht hier rum Partner Ah, hier brauchen wir noch mehr goldene Steine Um hier wieder weiterzukommen Okay Da hinten nehme ich mal eine auch Na gut, das geht nicht Was haben wir hier? Hier brauchen wir auch noch goldene Steine Okay Oh, hier brauchen wir noch mehr Ja Sup, 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 sap, sup, sap, 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 sap Hier wieder auf der Kommando Brücke Mit Maze Window So, dann wie gesagt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Ich guck mal, wie man jetzt speichert. Ansonsten mache ich mal auf gut Glück aus und guck mal, ob das gespeichert hat. Na gut, also bis dahin, tschüss.